Servusle meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Kingdoms Reborn. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe uns zwei Karten besorgt, ein bisschen Geld ist dabei draufgegangen. Einmal ein Warenhaus, konnte ich jetzt nicht stehen lassen. Und eine Kohleminie, eine dritte, weil wir tatsächlich in der Produktion von der Kohle Nummer 1 draufsetzen sollten. Damit wir da auf einer sicheren Seite sind im nächsten Winter. Winter haben wir jetzt aber überlebt, aktuell ist die Situation immer noch cool. 134 Leute haben wir, 139 Platz. Eine kleine Siedlung bei der Baumwollfarm ist am Entstehen, die braucht aber noch ein bisschen. Meine Frage wäre jetzt, ob ich irgendwo hier die Kohleminie noch dazu bekomme. Weil, der sagt mir hier, will er mir jetzt gerade erklären. Das ist die Kohleregion doch. Hier drüben ist auch Kohle, ne? Ich muss jetzt nur einen Platz finden, wo er mir das noch irgendwie gestattet. Hier könnte ich noch eine setzen. Ob ich ganz ehrlich bin, hier wäre cool. Genau am Rand von der Straße. Komm her, da ballere ich die hin. Okay, dann haben wir hier nochmal den Kombo. Wenn ich die jetzt gleich ein bisschen verbessert habe, volle Hammerleute reinhau, dann müssten wir bei der Kohleproduktion über dem Verbrauch liegen. Dann können wir so langsam aber sicher auch den Holzverbrauch im Winter bei den Häusern wieder rausnehmen. Die lassen wir sich jetzt entwickeln. Ach jetzt, ah ne, das ist dieses, was ich wollte gerade sagen. Der hat doch einen ganz anderen Umkreis. Und ansonsten würde ich sagen, läuft's. So, und das Warenhaus, das ich jetzt hier noch habe, da bin ich am überlegen, wo ich es hinsetze. Hier habe ich ja mein Träumler erfüllt. Ich würde einfach sagen, wir machen hier unten eine komplett kleine Außenstelle. Weißt du? Hier. Dass wir uns dann hier auch nochmal die Dings gönnen. Ein Warenhaus dazu. Ich muss nochmal ganz kurz reingucken. Hier haben wir dann die Kleiderfabrik. Hier sind die Felder später. Dann könnte ich mir vorstellen... Ne, das gefällt mir nicht. Wann mal kurz, ich würde mal was gucken. Kriege ich denn hier noch ein Haus rein? Ich fände es cool. Über das geht, oder? Ne, das geht nicht. Oh, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ach, das waren kleine Gebäude. Hier müsste man dann eher noch irgendwas hinmachen. Was weiß ich nicht. Was ist ein Tradingport? Das ist ja das große. Research Complete. Was habe ich denn eigentlich Research zu Schluss? Das war Housing. Guck ich, du musst hier rein. Ach ja, die Schafs Ranch. Ja, aber da würde ich dann ein eigenes Eck nehmen. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Ich hole mal den Market. Weißt du, irgendwas tue ich gelesen. Dann war es ganz anderes genommen. Ja, die Schafs Ranch hole ich mal. Die Schweine Ranch auch. Da machen wir uns irgendwo einen Tierbereich. Vielleicht hier hinten drüben drin. Ich habe aber hier jetzt vorgehabt, nochmal weiterzumachen. Lass uns doch mal spaßhalber das ganze Ding später, wenn ich hier eine Straße dann hochziehen würde. Hier so. Müssten wir aber fast die Gebiete kaufen. Guck mal, Punkte habe ich ja wieder. Weißt du? So, und dann kann ich den Traum gleich verwirklichen, dass hier irgendwann mal eine Straße entlang führt. Dann müssten wir allerdings die hier. Einmal so. Da kümmere ich mich dann später drum um das Gebiet. Und dann brauchen wir, ich nehme an, von hier runter, oder? So. Das macht schon Spaß, auch mit den Straßen zu zeichnen. Das kann ich dann später anpassen, das Eck. So. Okay. Finde ich gut. Finde ich gut. Das hier ist ja dann die kleine erste Siedlung. Die wird dann hier weitergearbeitet. Bam, bam, bam. Da weiß ich es noch nicht genau. Da könnte man nämlich auch nochmal ein bisschen Platz nutzen. Lass mal den hier rüberziehen. Und da ist jetzt erstmal, könnte man vielleicht eine Steinfabrik hier machen am Ausgang vom Ort. So, und jetzt geht es los. Wir haben hier die Geschichte, da kommt das Warehouse nebendran. So. Dann haben wir hier alles, ne? Also Lagerkapazitäten. Wir haben hier ein kleines Volk, das dann da unten arbeiten können wird. Sobald mal mehr Leute haben. Ist jetzt vorbereitend. Das wird dann irgendwann frei, ne? Was haben wir jetzt gerade im Angebot? Fischer, Bier. Noch mal eine. Hier, zack, nehmen wir mit. Und hier, guck mal, können wir... Scheiße. Scheiße. Ich würde gerne den zweiten auch noch kaufen. Lass mich mal kurz die Karten hier wegmachen. Scheiße, jetzt habe ich sie verballert, gell? Mist, das wäre der zweite nämlich gewesen. Medizinmacher-Taverne. Nehmen wir die Taverne mal für die kleine Siedlung hier oben. Muss ich warten, bis wieder einer frei wird? Ah, jetzt gedacht, schade. So, was wir auf die Taverne kämen, dann normalerweise hier in Frage, ne? Als Sondergebäude nochmal. Jetzt wird es halt Zeit, dass wir ein paar Leute hier kriegen für die Ecke, ne? Felder sind jetzt wichtig. Komm her, wie lege ich denn die an? Im Moment habe ich hier meine Fabrik. Da kommt dann später auf der Seite nochmal einer dazu. Und dann können wir die Felder hier anlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Moment, ich muss kurz rauszählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehner Felder würde ich hier hin machen. Das war scheiße. Ja. Sechzehner Felder. Beginnend hier, ne? Das heißt, ich gehe jetzt hier auf B, F. Maximale Länge 16. Na, haben wir mal Glück. Und 64 war es, höchste der Gefühle, was er gesagt hat, gell? 16, 64. Okay. Jetzt pass auf. Nochmal kurz hier hin. Dann habe ich hier wieder eins frei. Dann kommt das nächste Feld hier. 64. So, ich muss allerdings den Feldern auch sagen, was es sein soll. Und da hatten wir gesagt, Baumwolle, ne? Baumwolle. Jetzt lassen wir mal das sich so entwickeln. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass hier auch tatsächlich ein paar Leute unterwegs sind, Material bringen, Siedlung bauen. Und dann werden wir die Felder in die Richtung erweitern und hier parallel dazu machen. Dann kommt hier unten ein zweiter Klamottenhersteller hin. Ja, ich drehe nochmal. Vielleicht kriegen wir den bald. Nee, Hunting. Ich nehme nochmal eine. Trading Post. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Der kommt hier noch dazu. Zu meiner kleinen City. Jetzt möchte ich allerdings den möchte ich dann da dagegen setzen. Jetzt haben wir praktisch hier eine kleine Siedlung zusätzlich aufgebaut. Weißt du? So. Wohnsituation löst sich, wenn hier gebaut wird. Punkt. Lagersituation ist super. Wir haben so viele Kapazitäten frei. Brauche ich mich erstmal nicht mehr kümmern, oder? So. Unsere Felder. Ach, schön. Ich weiß nicht, ich war doch so ein bisschen duschkitzig. Macht hier, muss ich mal direkt sagen. Geh mal auf den Trading Post. Was hat denn der jetzt hier bitte noch eingekreist? Siedlung hier? Nee. Oh, den können wir auch noch gleich erweitern, sehe ich gerade. Guck mal. Den haben wir ja bis auf die Papiersachen auch hochgeschraubt, ne? Oh. Das kostet aber noch ein bisschen Geld hier, mein lieber Mann. Wie sieht es denn aus mit der Produktion? Ja, hier, wir haben die Medizingeschichte im Griff. Wir produzieren weit mehr, als wir im Jahr verbrauchen. Und die Vorräte sind immer noch da. Dann haben wir hier die Kohleproduktion. Da muss ich jetzt gleich nochmal ein Auge drauf werfen. Die müsste sich jetzt dann normalerweise auch akklimatisieren, wenn ich hier... Wie viele Leberer habe ich denn noch aktuell? Ich muss gucken, gell. Keine mehr. Habe mir nämlich gedacht. Deswegen wird das auch hier alles ein bisschen verlangsamt gerade. Steine. Ich steuere einfach ein bisschen nach. Wir kriegen hier wieder neue Leute. Das heißt, ich gehe mal bei einem Steini einen rausnehmen. Dann Biene. Brauche ich momentan auch nicht. Nehme ich auch schon mal einen raus. So sieht es aus. Dann dauert halt seine Zeit, bis alles so läuft, wie du willst. So, dann würde ich sagen, gehen wir uns gleich mal wieder ein bisschen was... Machen wir mal wieder 50er Runde. Hier können wir mal 100 raushauen. Furniture können wir auch. Machen wir mal ein bisschen, bis wir voll sind hier unten. Trade. Boom. Zack, gehen wir durch. Zedelia hat immer was zu handeln. Ich müsste noch mehr raushauen, gell. So, meine Lieben. Diese Immigration Büros. Wo handeln die? Library. Job Priorität. Taverne. Haben wir hier oben keins gehabt. Doch hier Immigration Office. Hier, guck mal. Bam. Und dann war eins hier unten noch irgendwo, gell. Welches war denn das? Das hier? Ne, das da war es. Das haben wir offensichtlich schon hochgebollert. Passt. Äh, Frage. Steel Tools. Die Produktion von Steel Tools. Ja. Die sieht gut aus. Da kann ich allerdings momentan, bis der Brickworker nachgeliefert hat, nix machen. Ist aber bald soweit. Ne, wir lassen das jetzt so. Jetzt geht es einfach darum, mehr Leute zu gewinnen. Und da unten abzuwarten, bis unsere neue Siedlung hier aufgebaut wurde. Die Ecke hier. Die wird jetzt super wichtig. Ja, aber es kommen ja immer Leute nachgeschossen. Ist ja nicht so, dass nix passiert. Wenn das dritte Büro aufgebaut ist, dann haben wir immer wieder Zuwachs an Leuten. Wir haben eh schon ziemlich viele, finde ich. Housing Space wird jetzt langsam knapp. Das ist natürlich bescheuert. Das ist natürlich bescheuert. Hier zum Beispiel könnte man auch mal zumindest die Stein-Updates machen. Sehr geil. Tja, meine Lieben. Jetzt warten wir mal, bis es hier unten mal weitergeht. Und da habe ich einfach momentan zu wenig Leute, die hier am Schaffen sind. Es wird aber hier gebaut und gemacht. Das wird schon. Das wird schon. Ich kann natürlich jetzt mal hergehen und sagen, okay, in dem Fall priorisieren wir doch einfach mal die Häusle. Dann, weißt du, das war ja kein Haus hier. Aber Immigration Büro ist gut, dann kriegen wir neue Leute dazu. So würde ich es mal priorisieren. Jetzt haben wir nur das Problem, wir haben Obdachlose. Das muss auf jeden Fall enden, sobald als möglich. Weil. Jo, weil halt. Ey, ich habe viel zu viel Ding. Ich bräuchte eigentlich viel mehr Leute. Gibt es hier irgendwo noch ein Gebiet, wo ich praktisch die Ureinwohner dazu holen könnte? Hier sehe ich nix. Weißt du, da waren doch bei manchen so kleine Hütten drauf. Was ist denn mit demchen hier? Das war das Kokoa. Das brauche ich nicht. Nicht jetzt. Hier waren auch keine Siedler mehr, oder? Das ist ein Steinvorkommer. Oder so ein Inselvolk. Oder hier drin. Was ist denn das eigentlich? Ancien Trime. The transism to those who seek it. Seht ihr da selber drin wie ich? Sag mir mal, was ihr da seht, wenn ihr nicht seht. Doch, da. Guck mal. Guck mal hier. Hier. Bam. Wish to join your city. Accept. Sehr geil. Die Frage ist jetzt natürlich, ist die Wohnsituation noch schlichter geworden? Konsum less. Decrease upkeep. Konsum less. Ich mache wieder Produktivitätsbuch. Dry people. Kommt zu mir. Zehn Leute haben wir jetzt mehr als Dinger. 150 people now. Large city. Bling bling. House with jewelry gets sieben. Konsum 40% less. Haben wir denn was, was viel konsumiert? Ich nehme es mal. Es hat jetzt allerdings leider nicht den Effekt gehabt, dass es hier hoch ist. Ich dachte, jetzt müsste es ja hier irgendwann mal zucken. Wo nehme ich denn was raus? Was produzieren wir denn gerade extrem über? Beispielsweise den Food Gatherer, wenn ich den nochmal wiederfinde. Wo haben wir denn diese Food Grabber hier? Die waren da. Fruit. Hier zum Beispiel. Ich kann die Effizienz hochballern. Die Produktivität hochballern. Ich nehme aber erstmal einen raus hier. Das ist ein Anfang. Die sind jetzt aber beide schon so eingerichtet. Ich nehme hier auch mal einen weg. Dass wir mal irgendwo ein paar Laborer wieder herbekommen. Macht schon Sinn. So, lass mich mal hier kurz reingucken. Die Medizinmacher will ich nicht beschneiden. Auf keinen Fall. Den gönne ich mir jetzt. Dann sollen sie schon ordentlich produzieren. Alter, wer da Zeugs abgebaut hat. Da haben wir. Frage. Frage, Frage, Frage. Wir könnten. Wir produzieren mehr als wir brauchen. Also, hey, alle Haushalte sind versorgt hier. Ich würde mal ein bisschen Cannabis verchecken vielleicht. Einfach, weil ich es kann jetzt. Ist der Trader frei? Ne, der läuft noch. Doch, hier ist er. Cannabis, wo bist du? Ich bin mal gespannt, ob wir da jetzt Älger kriegen, wenn ich das verchecke. Hier, Cannabis, bam. Oh, erst 34 im Inventer. Das sollte man dann schon mal warten, würde ich sagen. Ne, 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 ne. Machen wir mal nix. So, also die Aufgabe, die ich jetzt hier drin sehe, ist ganz klar. Wir sollten gucken, ah, da sind jetzt auch 26 Leute als Bilder unterwegs. Stopp. Machen wir nicht lang rum. Die werden ja irgendwann fertig gebaut haben. Ich nehme an, dass die Ecke momentan alles so ein ganz kleines bisschen ins Ungleichgewicht gebracht hat, weil halt sehr, sehr viel aufgebaut ist. Oder angezeichnet ist, was sie bauen sollen, das wird schon. Das wird sich von alleine akklimatisieren, bin ich überzeugt davon. Einfach ein bisschen Geduld, ne. Bruce left your town homeless. Faye left your town homeless. Ja, Alter, du mal leid. Bleibt noch ein bisschen Geduld, Leute. Ich verstehe es aber. In gewisser Weise verstehe ich es einfach. Wenn ich jetzt hier oben noch ein Haus anzeichne, wird es dann schneller gebaut, weil es hier mehr im zentralen Ding ist? Ich glaube nicht, gell. Ja, dann sollen sie halt kurz gehen, was soll's. Aber nicht alle. Ich kann es nicht noch schneller priorisieren, hier unten das Eck, oder? Komm, wir gucken mal ganz kurz, wo wir da aktuell stehen. Construct. Hier sind doch die Ressourcen noch gar nicht angeliefert, hier im Hausbereich, ne. Hier. Doch, hier ist es angeliefert. Hier fehlt jetzt einfach einer, der arbeitet. Was ich noch nie gemacht habe, glaube ich, seit wir spielen. Die Leute ein bisschen flitzen lassen. Jetzt macht es oben dumm, 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 alle weg, oder? Noch habe ich zehn mehr als Häuser. Das braucht ja eine Zeit, das ist das Problem. Wenn die mal anfangen, das Häuschen hier zu bauen. Dann sind wir safe. Stop. Ja, das geht, Leute. Das wird sich einpendeln. Und zwar jetzt gleich. Die müssen ja nur hier unten schon mal die Häuser bauen. Dann sind wir wieder auf zwölf, ne. Also zwölf plus. Boah, ich sehe gerade, wir müssen noch mehr Häuser bauen. Sven, immer mehr. Ja, die Ecke, die hat mich jetzt ein ganz kleines bisschen, aber ist egal. Oh, da wird auch schon was gebaut hier. Die Bücherei, die ist euch wichtiger als Häuser, oder was? Boah, jetzt erst mal nicht. Fade, die war doch vorhin schon mal weg. Jetzt wird das Haus gebaut, meine Lieben. Jetzt geht es ab. Boom. Upgraden wir gleich die Geschichte hier auch. Es wird eines der schönsten Häuser. Ich würde es mir schnappen, wenn ich hier wohnen würde. Nächstes Haus wird gebaut. Jetzt kommt es. Jetzt können wir die Siedlung hochballern. Trading Post ist da. Die Sondergebäude sind da. Hier, guck mal, wie die rausschaffen. Wie die sich hier bemühen. Stopp. Okay, noch eins. Ah, komm, hau die Trading Company durch. Would you buy a Market Card? Ne, die können wir uns dann später leisten. Ach so, die Produktivitätskarten. Produktivität wäre für mich, glaube ich, wichtig, dass ich hier noch mal kurz reingucke. Kohle. Kohle. Das macht Sinn. Den könnte ich übrigens auch gleich einmal hochpushen. Sehr geil. Wer braucht denn noch? Jetzt muss ich mal ganz kurz was nachschauen. Der Medizinmann, der kriegt von mir jetzt die Karte hier. Statt fünf brauche ich jetzt nur noch drei. Sehr gut. Dann sind wir da erst mal versorgt. Medizin. Guck mal, wir haben 994 Medizin. Könnte ich ja mal fast die Hälfte verkaufen. Jetzt haut es mich um. Wer hätte gedacht, dass wir Medizin mal verkaufen können, weißt du? In der Menge, dass es so abgeht. Wo ist denn das? Na ja, ganz oben, klar. Komm, ich hau 300 raus. Dat gibt Kohle. Dat gibt Kohle. Stopp. Zurück. Zack. Bäm. Freue ich mich. Es wird schon wieder Winter. Ey, warum? Wie ist denn die Medizinproduktion? Haja, guck dir mal das an. Wir produzieren 1000 und verbrauchen 190. Würde sagen, yeah baby. 210 bei 48er Verbrauch. Alles gut. Ich weiß sie was. Hau mal nochmal ein 1000 da raus. Oder 100 oder 300. Weg damit. Brauchen wir alles nicht. Machen wir mal 200 Medizin noch weg. Furniture. Bringen auch gut Geld. Stopp. Und Tarate. Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen handel, meine Lieben, dann können wir uns die Dings freischalten hier. Die nächste Stadtstufe. Hier ist auch noch ein Trader. Steel Tools. Wie sind die? Weißt du was? Die bringen ja auch richtig fett Geld. Ich verkaufe mal 30 Steel Tools. Ich werde verkaufen 100. Wir haben so eine super Produktion hingelegt. Medizin können wir von mir aus noch 40 Stück dazugeben. Dann haben wir das. Das gibt es noch einen zweistelligen, den ich verkaufen kann. Furniture ist nochmal 50. Iron lasse ich hier. Ja, Cannabis bringt nicht wirklich viel Geld, gell? Nee, nee, nee. Dann gehe ich lieber da hoch und verkaufe da. Da haben wir nämlich auch unheimlich viel. Scheiße. Gleiches Problem wie vorhin. Ich muss natürlich den Kollegen hier erstmal ein bisschen fresh machen. Und jetzt kann ich handeln, wie ich möchte. Also, wir haben gesagt, 100 Steel Tools sind mal locker drin. Eher sogar 130. Dann hier. Hau ich die hier raus, damit das Lager ein bisschen leer. Und Tarade. 12.000. Noch zwei so Handeleinheiten und wir sind drin im Spiel des Glücks. Wie sieht es denn mit meiner Felder-Geschichte hier aus? Felder sind angelegt. Die werden gebaut. Hier wird das nächste Haus gebaut. Wir müssen die nächsten Häuser dazunehmen. Machen wir mal hier so eine Straße, würde ich sagen. Wo ein bisschen... Müssen wir, ne? Das sind jetzt nochmal acht Häuserplätze dazu. Und dann kommen wir langsam wieder ins Gleichgewicht. Ja. Und im nächsten Frühjahr bauen sie dann hier die Dinger an. Das ist schön. Die Häuser habe ich so weit hochgebollert. Das passt. Das wird gleich fertig. Komm, wir gucken nochmal. 77. Wieso hast du aufgehört hier zu bauen? Jetzt ist es fertig. Sehr schön. Bam. Bam. Da, 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 da. So, jetzt haben wir wieder genauso viel Wohnraum wie Leute. Kurz bevor doch mal einer abkauen ist hier. Okay. Ey, weißt du was? Ich habe doch oben noch einen Trader. Ich will jetzt schon die Stadt nochmal um eins aufbauen. Habe ich Lust drauf? Ich bemühe nochmal die Trader, die wir so haben. Oder habe ich die schon? Jetzt habe ich sie schon alle bemüht offensichtlich, ne? Ich kann natürlich hier jetzt. Das müsste man echt nachsteuern. Aber da habe ich jetzt gerade im Moment nicht den Kopf. Aber das müsste man eigentlich machen, dass die automatische Abverkaufsgeschichte immer da ist, ne? So, guck dir mal an, was wir hier geschaffen haben. Bierproduktion, sagt er. Hi, wir haben ja Dings gebaut im Bierbrauer. Ich weiß bloß nicht genau mehr, wo ich den hingesetzt habe. Das habe ich tatsächlich aus den Augen gefahren. Das ist meine Bäckerei. Könnte man natürlich auch nochmal ab. Und die Papierfabrik wäre nicht unwichtig, ne? Es ist der Wahnsinn. Und es geht tatsächlich in der Richtung, wo du irgendwann immer durchsteigst. So geil. Hier, so einen Brickwerper könnte man jetzt machen. Das wäre sogar gar nicht unwichtig. Aber ich schaue mal, was die nächsten Karten bringen. Testima. Market, Blacksmith. Ja. Jetzt könnte man wieder gucken, weil die Bricks sind bei mir noch ein bisschen tief. Da habe ich immer kaum welche. Da würde ich fast eine zweite Fabrik dazu nehmen. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Die aktuelle. Die aktuelle. Wo habe ich denn die? Die waren hier unten mit dabei, gell? Hier. Siehst du? Bam. Schon alleine. Das bringt uns jetzt mal einen Riesenvorteil. Gut. Vincent left your town. Alter, Alter, Digga. Ich bin am Häuser bauen hier wie wild. Ich sorge schon mal vor, dass hier... Das darf nie wieder passieren. Weißt du? So Vincent. Kriege ich noch eins hin? Sehr geil. Hier mache ich auch noch eins hin. Eher hier. Was? An was hängt es? Wo soll das sein? Ach, da fehlt wieder. Nee. Was hat er denn hier für Probleme? Da ist doch nichts. Die Straße stört hier. Kein Problem. Ich bin ja vom Bauamt. So. Und dann machen wir das nämlich ganz einfach so. Pepp. Ein Mensch haben wir, der noch kein Zuhause hat. Und ich bin jetzt dabei, eins, zwei, drei, vier, fünf weitere Putzen zu bauen. Ich würde sagen, kommt langsam. Dann haben wir die Moir-Haus-Geschichte hier. Die läuft. Und dann haben wir hier... Was bildet er? 77 um eine Produktivität. Machen wir. Und was will er hier? Okay. Wir haben jetzt im Moment, würde ich sagen, bleiben wir mal bei Lederklamotten, weil wir ja noch keine Baumwolle haben. Und ich nehme aber hier die Hälfte nur der Leute. So. Und jetzt wäre es echt ein Traum, wenn wir noch die Stadt um eins erhöhen. Dafür bräuchten wir allerdings noch jede Menge Knete. Was kostet nochmal? Was kostet nochmal das Erhöhen? Warte mal, Entschuldigung. Wo bin ich denn unterwegs? Wo bin ich denn unterwegs? Jetzt haben wir Labra. Jetzt kann man Labra, Leute. Jetzt könnte ich eigentlich sagen, hier kann einer rein und so weiter. Sedilia. 30.000 für Level 5. Haja. Dann würde ich sagen, gehen wir los. Verkaufen wir mal von allem wieder ein bisschen. Außer gut. 100 Medizin. Da können wir von mir aus auch mal ein paar raushauen. Schön, dass wir was zum Verkaufen haben. Es gibt Spiele, da bin ich bei weitem noch nicht so weit, dass ich was verkaufe kann. Naja. Gut, Früchte werden jetzt gerade ein bisschen weniger. Ist aber auch normal. weil wir haben nämlich die Fruchtsammler ein bisschen runtergestuft, was ich jetzt aber wieder beheben kann. Denn das Thema mit Leuten hat sich erledigt. Ich kann die wieder arbeiten lassen. So. Dann haben wir die Geschichte. Trader oben ist erledigt. Dann haben wir... Ah, das würde ich gerne noch sehen jetzt. Hier den Trader kann ich noch bemühen. Guck mal, Fisch wird auch noch ein bisschen weniger als es im Winter, ne? Steel Tools. Medical Herbs. Gegen Medizin. Die brauchen nicht so viel. Hau die ruhig raus. Hier kannst du auch noch mal Gas geben. 18.000. Es fehlen ja nur noch 12.000, dann hätten wir es, ne? Schön. Lassen Sie mal kurz ein bisschen schneller laufen. Nicht, weil ich es eilig habe, sondern einfach, weil ich Bock habe, den Frühling nochmal zu sehen. 96% Zufriedenheit. Was willst du da? Gehen wir schon in den Frühling? Ja, ne? Early Spring. Ich will den Frühling sehen. Vielleicht die Felder nochmal, wie sie es anlegen. 19.000, weil wir ja auch ein regelmäßiges Einkommen haben, ne? Komm, mach Frühling, mach den Schnee mal weg. Ja, guck mal, wie schön. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, wie schön das abschmilzt. So, jetzt haben wir wieder drei Leute mehr als Wohnungen. Das wäre natürlich ein Traum, wenn die hier unten nachkämen. Hier ist auch wieder Trading möglich. Ich würde sagen, 200. Bumm, bumm, bumm. Wir machen sogar 250. Und dann nochmal hier ein bisschen was weg. Fub. Noch 9.000, das schaffen wir noch. Wir werden das heute noch sehen. So. Ja, da sind sie auch schon am Aufbauen. Das finde ich super. Und da würde ich einfach sagen, bevor wir wirklich in Bedrängnis kommen. Das ist ja eh so geplant gewesen, dass die Siedlung hier weiter wächst. So. Hier würde ich dann eventuell kleinere Lagerflächen später noch anbieten. Baumwolle. Die erste Baumwolle kommt raus. Hier, guck mal. Hier muss ich das schon recht leideln. Wohnsituation im Griff, würde ich sagen. Wir haben fünf Baustellen noch offen. Wir haben fünf Baustellen offen. Und sind genau auf der Zahl fast. Sollten. Vielleicht die Siedlung tatsächlich. Kann ich hier noch? Ja, das würde gehen. Dann ist da zwar ein bisschen Platz hinten dran frei. So. Jetzt haben wir wirklich genug Wohnbaustellen erstmal. 21 Mille haben wir. Weiter geht's mit dem Verkauf. Ich hau jetzt mal alles immer auf 500 runter, weißt du. Das werden wir vielleicht heute noch die Stadt updaten können. Das werden wir hier so. Hier können wir locker auf 100. Stopp. Die traden wir jetzt weg. Allzu viel bringt's gar nicht. 2, 4 halt immer. La, la, na, na. Furniture. Machen wir mal 80 Stück. Ich verkaufe jetzt ein bisschen, dass wir das vielleicht heute noch zu Gesicht bekommen. Machen wir 110. Leder. Machen wir 30 noch weg. Dann haben wir noch ein 80er. Machen wir mal noch hier 30. Hier 40. Und hier 10. Und ab dafür. Jetzt ist nochmal 2000 gewesen. Jetzt fehlen uns noch 5000. Das ziehen wir durch, oder? Heute. Wir haben ja gesagt, die Staffel geht bis Weihnachten. Ja, jetzt haben wir ja Weihnachten. Und ich würde jetzt auch tatsächlich an der Stelle dann aufhören. Es ist ein sehr schönes Spiel. Persönlich würde ich es langsamer angehen, wie jetzt hier in dieser kleinen Staffel. Es funktioniert zwar, wie man sieht, man kann die Waage halten. Aber ich würde es tatsächlich, wenn ich es jetzt nicht zeigen wollen würde und einfach nur vor mich hin plätscher, würde ich es viel langsamer angehen. Das wäre für mich so ein Spiel, wo ich ab und zu einfach mal zum Kaffee einschalten, eine halbe Stunde hier und da, ein bisschen rumgruschel. Ich bin gar nicht so der Typ, der so schnell wachsen muss. Aber jetzt für die Staffel wollte ich einfach auch ein bisschen was sehen mit euch vom Spiel. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Ich persönlich wünsche mir eine deutsche Übersetzung, auch wenn es sich irgendwie ergibt. Ihr wisst ja, ich habe auch nicht den besten Englisch-Skill und ich komme trotzdem klar und habe Spaß. Aber wenn man es dann so liest, wie man es einfach besser versteht, spielt es sich für mich schöner. Das ist aber auch das Einzige. Und da gehe ich davon aus, es wird früher oder später vielleicht sogar noch kommen. So, jetzt sind die Trader momentan leider alle beschäftigt. Für uns aber kein Problem. Ich spule einfach mal ein bisschen vor. Hat es sich eingeklingt? Ja. Guck mal, da siehst du auch, die Leute flitzen hier. Schön und bumm, haben wir die Siedlung rausgeschafft. Verstehst du? Ist schon schön. Dann könnte man hier die Felder demnächst noch ein bisschen vergrößern. Dann wird das eine richtig tolle Ecke. So, jetzt haben sie uns Kohle abgezogen. Das liegt aber am Dingsen. So, ich kann wieder traden. Dumm, du-di-dum. Hier, zack, haben wir schon wieder Material. 170. Hier würde ich nochmal 100 raushauen. Boom. Und dann würde ich vielleicht hier nochmal 20 rausgeben und hier 10. Zack. Und der nächste Trader wird uns wahrscheinlich die Kohle bringen, um Siedelia auf Level 5 zu heben. Der läuft noch. Der läuft auch noch, aber nicht mehr lange. Bam. First House Level 4. Aber welches? Wieso hat sich diese Wüstenbutze jetzt in sowas verwandelt hier? Das ist durch die Klamottenproduktion, gell? Das sieht jetzt aus wie die anderen, die normal im grünen Bereich liegen, gell? Aber hey, wir haben das erste Level 4er Haus. Schön. Okay. So, pass auf, der Trader wird gleich frei. Den schnappen wir uns. Zack. Ta, Radar. Oder gibt es zufällig gerade die Food-Sell-Ding? Nee. Industry Wildcard. Agrica. Das brauche ich nicht. Kidnapping. Sell Food. Also, dann nehmen wir Deals. Boom. Cancel. Sell Food. Fub. Haben wir unsere Kohle. Und bitte, Siedelia. Level 5. Plus 10% Industrial Production. Hier kriegst du die nächste Karte, wo du reinmachen kannst. Und wenn ich es richtig sehe, ist Level 5 momentan die Oberstufe. Jupp. Ich glaube, es ist momentan die Oberstufe. Es geht nicht mehr weiter mit dem Aufwerten. Ey, Wahnsinn. 176 Leute haben wir. Es macht sehr viel Spaß. Also, ich muss sagen, schön, dass wir mal reingeschaut haben. Und man darf nicht vergessen, dass es ein Mensch ist, der das Spiel entwickelt. Wie viel Tiefe das schon hat, jetzt in der frühen Early Access Phase. Ich wünsche ihm ganz viel Glück damit auf jeden Fall. Dass er da noch richtig schöne Community um das Spiel aufbauen kann. Was macht wirklich Laune. So, meine Lieben. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine zauberhafte Weihnachtszeit. Genießt die Tage. Trotz der Krisen, Leute. Genießt. Besinnlichkeit. Ein bisschen entspannt. Kommt gut ins nächste Jahr rüber. Wir sehen uns natürlich hier auf dem Kanal. In anderen Let's Plays wieder. Im Stream sind wir auch unterwegs. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Ganz klar. Freue ich mich tierisch auf euch. Macht's gut. Bleibt stark. Und vor allem gesund. Bis dann. Bis dann.